Wetten, dass Ihre Geheimakte mehr über Sie weiß als Sie selbst? Profitieren Sie von einem ungeheuren Motivationsschub, den Sie in solch einer persönlichen Form noch nie erlebt haben. Werden Sie sich Ihrer wahren Lebensziele klar und erreichen Sie voller Motivation in Rekordzeit. Werden Sie zu einem unwiderstehlichen Magneten für Geld, Erfolg und Anerkennung. Haben Sie schon einmal von einem Buch gehört, das einzig und allein für Sie geschrieben wurde? Ein Ding der Unmöglichkeit, meinen Sie? Falsch. Ihre Geheimakte liegt in einer absoluten Einzelausgabe vor. Ein Motivationsunikat, das es ebenso kein zweites Mal auf der Welt gibt. Ein Buch, in dem es nur um einen einzigen Menschen geht. Sie persönlich. Das ist ein einzigartiges Werk im mehrfachen Sinne. Denn dieses Buch verschafft Ihnen einen Motivationsschub, den Sie in dieser Intensität wahrscheinlich noch nie im Leben gespürt haben. Denn Sie merken beim Lesen jeder Zeile, dass jeder Einzelne davon nur für Sie geschrieben wurde. Ihre Geheimakte enthüllt Ihnen Ihr geheimstes Inneres. Es ist ein hervorragendes Instrument für Ihre Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis ist der Generalschlüssel zu Erfolg und Überfluss im Leben. Sie werden durch dieses Buch mehr über sich erfahren als je zuvor. Aus dieser Selbsterkenntnis heraus werden Sie voller Motivation, Elan und Zuversicht Ihre wahren Lebensziele erkennen und beherzt ansteuern. Plötzlich erkennen Sie, warum Sie bisher so oft mit Ihren Projekten gescheitert sind und was Sie tun müssen, um es künftig besser zu machen. Sie werden durch diese Lektion eine Motivation erleben, die Sie bis in die Haarspitzen reicht. So werden Sie zu einem wahren Magneten für finanzielle, gesellschaftliche und zwischenmenschliche Megaerfolge. Und das in kürzester Zeit. Die Vorteile des Buchs auf einen Blick. Es versorgt Sie mit den besten und wirkungsvollsten Doping, das es gibt, Motivation. Erfolg hat bekanntlich einen siamesischen Zwilling. Handeln. Und Sie können noch so hehre Lebensziele haben, wenn Sie nicht irgendwann loslegen, erreichen Sie kein einziges davon. Dazu aber brauchen Sie jede Menge Motivation. Und davon gibt Ihnen Ihre Geheimakte reichlich. Es erhebt Sie zum Souverän über Ihr eigenes Leben. Verlassen Sie die Herde dummer, angepasster Schafe, die nichts weiter tun, als blind und ergeben, Ihr Leben zu vergeuden. Holen Sie sich lieber die Motivation, um ein unabhängiges Dasein ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu führen. Ihre Geheimakte hilft Ihnen dabei, jeden Ihrer Tage sinnvoller, reicher und erfüllter zu gestalten. Es macht Sie reicher, ideell und materiell. Mit der richtigen Motivation erreichen Sie alles, auch in materieller Hinsicht. Denn Ihr Kontostand ist immer auch ein Spiegel Ihres inneren Wohlstandes. Je erfüllter Sie auf geistiger Ebene werden, desto praller wird Ihr Portemonnaie. Ihre Geheimakte wurde schon für Sie verfasst. Wollen Sie wissen, was andere über Sie wissen? Dann sollten Sie jetzt nicht zögern. Alle Hilfsmittel, die im Buch beschrieben werden, bekommen Sie kostenlos auf CD-ROM oder mit dem Downloadpaket. So können Sie ohne Zeitverlust damit anfangen, mehr Motivation in Ihr Leben zu bringen. Weitere Neuigkeiten und interessante Informationen über Ihre Geheimakte finden Sie auf der Erfolgs-Online.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Geheimnis